Traue deinen Kritikern, denn sie kennen dich gut. Natürlich kennt dich ein Kritiker nicht absolut. Oder er erkennt nicht das, was du eigentlich bist. Das können wir nur selbst jeweils erkennen. Jeder von uns kann sich nur selbst erkennen. Aber was wir in unserem Leben benötigen, sind ja andere Menschen, um uns besser kennenzulernen. Also wir nennen das meinetwegen in der Psychotherapie diesen Abgleich von Fremdwahrnehmung und Eigenwahrnehmung. Ich nehme mich selber wahr und ich drücke mich aus in meiner Wahrnehmung, in meiner Gefühlsbefindlichkeit und all dem und habe ein Bild von mir und damit eben eine gewisse Analyse oder eine gewisse Erkenntnis und dadurch Bewusstheit. Und andererseits sind andere Menschen um mich herum und die nehmen mich eben auf ihre Art und Weise wahr. Da nimmt mich also jemand wahr in einem Aspekt, den ich noch gar nicht zum Ausdruck gebracht habe, zum Beispiel. Also er deklariert da etwas, mit dem ich sofort d'accord gehe und wo ich sage, oh Gott, ja, absolut, das ist genau so. Ich habe noch gar keine Worte dafür gefunden, noch gar keinen Ausdruck gefunden. Und das tut mir dann sehr gut, diese Fremdwahrnehmung eines anderen Menschen. Und natürlich hat die Fremdwahrnehmung eines anderen Menschen auch diesen kritischen Aspekt. Jemand, der mich kritisiert, bemerkt etwas in mir oder an mir, was ich selber noch nicht bemerkt habe oder was ich selber nicht bemerken wollte, weil es mir unangenehm ist. Oder im Gegenteil, weil es mir angenehm ist. Und ich mich mit dem Angenehmen auch gar nicht so auseinandergesetzt habe und mir das klar war. Und insofern ist es sehr wertvoll, dass wir in unserem Leben andere Menschen haben, die uns betrachten, die uns bemerken, die uns durchschauen, die uns analysieren und die uns eben auch kritisieren. Und es gibt Menschen, die sind sehr empfindlich gegenüber einer Kritik von anderen Menschen. Und sie wollen keine Kritiken hören, weil sie Angst haben, sie werden eben nur negativ beurteilt und negativ bewertet und einseitig bewertet. Und mit dem Bewerten ist es ja ohnehin so eine Sache. Also hören sie da eher nicht hin oder lassen das nicht zu oder lassen das an sich abprallen. Aber die Kritiken, die wir von anderen Menschen ernten, sind für unser Leben sehr wertvoll. Auch wenn wir sofort in der Abwehr sehen und uns das wehtut und wir uns umdrehen oder gar nichts mehr tun oder gleich in Widerstand gehen und sagen, ja, aber und das bin ich nicht und das bin ich nicht und bin ich nicht. In meinem stillen Kämmerlein denke ich dann über diese Kritik trotzdem nach. Das ist ja das, was eben meinetwegen unser Gewissen immer wieder tut. Da hat mich jemand kritisiert, das war mir unangenehm gewesen, aber ich habe innerlich gespürt oder unterbewusster gespürt, der bringt es tatsächlich auf einen gewissen Punkt, der stimmt, der stimmig ist. Und insofern hat mich diese Kritikerin und dieser Kritiker sehr gut erkannt und sehr gut gekannt, besser als ich selber kennen kann und als mir selber über mich klar werden kann. Insofern sind Kritiken etwas ganz Wesentliches. Und wir leben in einer Kultur, die von Kritiken lebt. Das sind Literaturkritiken genauso wie jetzt Kritiken auf Twitter oder sonst wo an Möglichkeit. Und die große Herausforderung ist immer wieder, sich mit den Kritiken auseinanderzusetzen und zwar konstruktiv auseinanderzusetzen. Nicht eben dem absoluten, mein Gott, ich bin nichts wert, ich kann nichts, ich tue nichts, sondern eben in der Ausgewogenheit und in dem konstruktiven Verständnis von Kritik, dass ich dadurch in die Lage versetzt werde, etwas anfangen zu können und mich dann beispielsweise zu verändern oder neue Aspekte zu sehen, die ich vormals übersehen habe. Das ist interessant. Und insofern dieser Ausdruck, traue deinen Kritikern. Nichts kann dich jemand noch so kritisieren und du hast vielleicht recht mit, sagen wir mal 99 Prozent dessen, was er kritisiert hat an dir, was so nicht stimmt, weil er dich gar nicht genau kennen kann. Das ist ja immer wieder die Herausforderung. Kennen tun wir uns nur selbst. Also uns bleibt letztendlich immer nur unser Selbstbewusstsein, die Selbstbewusstheit. Aber trotzdem, in dem restlichen 1 Prozent ist etwas dran und das war sehr wertvoll. Und das ist gemeint mit dem, denn sie kennen dich gut. Sie blicken bei dir durch. Sie kennen dich. Diesen Aspekt haben sie wirklich erkannt und das ist dann vielleicht sehr wertvoll in der Formation. Also es ist gerade eben, wenn ich bei dem Beispiel bleibe, bei der negativen Kritik etwas sehr wertvoll ist. Jemand beurteilt uns negativ. Er durchschaut uns gewissermaßen. Warum auch immer das der Fall ist, ist egal. Er durchschaut uns, weil er uns eben wahrnimmt oder Aspekte von uns wahrnimmt. Und auf die reagiert er oder sie und kritisiert dann eben negativ. Und damit hat er durchaus recht. Das ist etwas dran. Das möchte ich damit sagen. Wir können es nicht nur vollkommen abwehren und sagen, naja, es ist ein anderer Mensch, der kennt mich sowieso nicht. Der kennt nicht alle Aspekte. Der sieht nur einen bestimmten Ausschnitt von dem, was ich da gerade getan habe oder was ich gerade zum Ausdruck gebracht habe. Wie kann er das wissen? Er kann mich gar nicht kennen. Und dann sage ich natürlich zu Recht, das ist eine einseitige Kritik, die hier da ist. Ich bin möglicherweise so oder ich bin nicht so und so weiter. Und dann passiert eben dann die Auseinandersetzung. Also der Widerstand dagegen. Und das ist ja wichtig, dass man dann auch einen Widerstand setzen kann. Aber wirklich darauf zu achten, und darum geht es hier bei diesem Artikel, dass an der Kritik etwas dran ist oder dran sein könnte und ich dadurch eingeladen bin, nachzudenken, über mich zu reflektieren, mich besser wahrzunehmen, mich verständlicher zu machen, Aspekte von mir zu betrachten, die vielleicht eine ganze Zeit lang mir gar nicht klar waren, dass ich sie so in meinem Automatismus, in meinen Verhaltensweisen an den Tag lege. Immer wieder. Das wäre gar nicht klar gewesen. Und meistens reagieren wir als Menschen oder agieren wir als Menschen unterbewusst. In unserer Art, also in unserer Einseitigkeit, in unserem Unverständnis und damit in der Unbewusstheit dessen, was wir sind. Und wir sind, um das nochmal zu unterstreichen, als Menschen sehr determiniert von dem Unterbewussten, das wir sind. Und dann sind viele Dinge selbstverständlich. Wir haben viele blinde Flecken. Wir haben gar kein Verständnis. Und dann kommt plötzlich jemand, der uns darauf hinweist. Und der eben dann vielleicht sogar eine harsche, negative Kritik deiner selbst gibt. Und ja, das berührt dich sehr. Und ja, es ist dann vielleicht auch sehr schlimm oder auch nicht schlimm. Aber es ist wertvoll. Weil dieser Erkenntnisaspekt von einem anderen Menschen, der dich kritisiert, war ganz wertvoll. Auch wenn du dann von dem Betreffenden nichts mehr wissen willst und sagst, mein Gott, der hat mich so verletzt irgendwo. Und das ist ja dann das Blöde, was bei vielen Menschen passiert. Sie sind so tief verletzt, dass sie geradezu gekränkt sind, dass sie gekränkt reagieren und diese Kommunikation abbrechen. Das wäre gar nicht notwendig. Weil Menschen, die einigermaßen ausgewogen sind in ihrem Kritikverhalten, die tragen mir ja nichts nach. Die lieben mich trotzdem, so wie ich sie eben auch liebe. Das ist ja das Entscheidende, was letztendlich dann zählt. Und diesen vielleicht sogar unzähligen Kritiken zu trauen, ist sehr wertvoll. Davon leben meinetwegen auch soziale Netzwerke. Das ist ganz stark. Da gibt es eben die Likes und die Non-Likes und vor allem die Kommentierung, die dazu gebracht wird. Und natürlich kann man sagen, mich nerven die Kommentare. Und ich habe vielleicht gar nicht die Zeit mehr, immer wieder alle Kommentare durchzulesen und darauf einzugehen und mich damit dezidiert zu beschäftigen. Das kann ich gar nicht. Das wäre ein Grund zu sagen, warum man jetzt Kommentare nicht so zur Kenntnis nimmt. Der andere Grund ist aber, das ist, glaube ich, viel verbreiteter, die Angst davor, eben kritisiert zu werden. Und dann wird das schwierig. Und eine Menge YouTuber, wenn ich jetzt auf den Kanal hier komme, kennen dieses Problem und sind dann auch manchmal geradezu verzweifelt, zu sagen, mein Gott, die haben gar nichts verstanden, was sich hier gebracht wird und ich werde negativ kritisiert. Oder bei Twitter haben wir das Phänomen auch entsprechend, dann entstehen da Einseitigkeiten von negativen Kritiken, die natürlich wirklich eine einseitige Position einnehmen. Das ist ja nur eine Position, die da ist. Und dann wird das vielleicht eine Schwierigkeit, weil es zu stark verstärkt wird. Und dann haben wir dieses Phänomen von Shitstormen oder von Einseitigkeiten, die sich hochschaukeln. Und das ist ja in der Natur einer Medienlandschaft, dass sich alles sehr einseitig vervielfältigt, immer wieder und stark tunend, also verstärkt und all diese Dinge, die passieren können. Aber den Kritikern zu vertrauen und auch dem inneren Kritiker, wenn ich es so bezeichne, zu vertrauen, ist sehr wichtig. Der innere Kritiker ist unsere Gewissenhaftigkeit. Schlichtweg das, dass wir einen Zweifel haben. Und wir nennen auch einen Aspekt der Gewissenhaftigkeit, der Zweifel, den ich immer wieder habe als Mensch. Ich zweifle an dem, obwohl ich noch so stark überzeugt war von einer Sache und die wirklich vertrete und nicht nur argumentieren kann, sondern wirklich leiblich lebe, jeden Tag, ist sie trotzdem zu bezweifeln. Alles ist stets und ständig zu bezweifeln. Und da sehen wir dann das Relative. Also auch in dem Sinne die Fortbewegung aller Dinge. Kritiken bleiben ja nie stehen, so wie eine Deutung auch nicht stehen bleibt. Eine Probedeutung oder eine analytische Deutung in der Psychoanalyse. Also es ist ja etwas, was immer nur diesen vorläufigen Charakter hat, mit dem ich mich dann auseinandersetzen kann, wo ich es relativieren kann. Und das ist ja das Entscheidende, was dann immer wieder trägt. Aber den Kritikern zu trauen, auch wenn sie mir noch so wehtun oder mich vermeintlich noch so angreifen oder noch so negativ sehen, ist etwas sehr Wertvolles. Denn sie kennen diesen Aspekt vielleicht erstaunlich gut und treffen es im wahrsten Sinne des Wortes auf den Punkt. Und das wäre sonst nicht geschehen. Also es ist wertvoll. Dann wäre ich irgendwo in meiner eigenen Welt immer geblieben und hätte da weiter jetzt im Extremfall gedümpelt und mich einseitig bewegt. Und ich wäre vielleicht dankbar gewesen, wenn das schon viel früher stattgefunden hätte, diese Kritik. Und insofern ist es ein Plädoyer. Sei offen für Kritiken. Habe keine Angst davor. Oder habe Angst davor, aber geh trotzdem darauf ein, weil es ist wertvoll. Es bringt Aspekte um dich und für dich, die sehr in dem Sinne dann auch letztendlich heilsam sind. Und es gibt ja auch, mal abgesehen davon, positive Kritiken. Also Menschen, die mich kommentieren, die die Deutungsaspekte haben. Also etwas dann, das ist dann sehr positiv oft, was einem selber auch nicht klar war. Es hat ja immer beide Aspekte, positive und negative Aspekte. Und insofern, die Kritiker kennen in dem Aspekt, auch wenn sie mich sonst nicht ganzheitlich kennen, von dem, was ich wirklich bin. Und wie gesagt, das kann jeder Mensch nur mit sich selbst ausmachen. Oder vielleicht mit Gott oder etwas Hörem oder einem Überbau oder was weiß ich, was es sonst noch gibt. Also mit etwas Transzendentem. Aber diese Aspekte, die gebracht wurden, an denen ist etwas dran. Das ist interessant. Traue deinen Kritikern. Denn sie kennen dich gut.